Allen Hitze geplagt, darf ich schon mal verraten, nächste Woche, da kommt kühlere Luft, da kommt die Erlösung aus der großen Hitze, vor allen Dingen aus der schwülen Hitze teilweise. Die Temperaturen gehen merklich nach unten nächste Woche, aber ich weiß jetzt schon, einigen wird auch das nicht gefallen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei wetter.net. Ja und nass wird es wohl auch ab nächster Woche in vielen Landesteilen. Das sind mal die Regensummen bis zum 21. September, so im Überblick vom GFS-Modell. Und wir sehen vor allem hier in Deutschland kommt doch einiges vom Himmel herunter Richtung Baden-Württemberg bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Im Süden von Bayern bis zu 110, in Rheinland-Pfalz zum Teil auch 80 bis 100 Liter und auch in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, teilweise in Hessen und in Thüringen kann es stellenweise nass werden. Ich gehe mal rüber, wir schauen in den Osten und sehen auch hier gibt es so ein paar nasse Stellen, sehr nass zum Beispiel in Sachsen bis zu 80 Liter und auch in Brandenburg bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Toll, endlich mal viel Regen auch wieder in Brandenburg, aber das muss erstmal runterkommen. Das sind alles die Prognosen, ob das alles so runterkommt ist natürlich fraglich. Es ist ein Trend für die nächsten 10 bis 14 Tage. Im Detail muss man das natürlich weiterhin noch abwarten. Aber nächste Woche wird es überall bei uns kühler und eben nasser. Und so ein richtig schöner Tag in Deutschland ist nochmal der Samstag. Von Nord bis Süd, von West bis Ost, überall nochmal Sonnenschein, Ausflugswetter, den sollte man nochmal nutzen, ausnutzen. Der letzte wahrscheinlich Hochsommertag im gesamten Land. Wir schauen auf die Ensemble-Veersage für Frankfurt am Main vom GFS-Modell. Und da ist es jetzt wirklich eindeutig, da kommt der Wettersturz. Das rote Ding hier, diese Linie, das ist das Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Wir liegen immer noch deutlich zum Teil darüber, aber dann im Verlauf der nächsten Woche geht es deutlich darunter mit dem aktuellen Ensemble Mittel. Wir liegen unter dem langen Klimamittel drunter. Danach fängt sich das Ganze wieder ein klein wenig und wir steigen wieder etwas über das Klimamittel drüber. Wir schauen zum Vergleich auf das europäische Wettermodell. Da dachte ich ja fast, ich habe irgendwas verwechselt, es ist zweimal die gleiche Karte. Aber nein, dieses Mal ist da wirklich eine große Einigkeit in den Tendenzen zu erkennen. Auch beim europäischen Wettermodell erst nochmal warm über dem Klimamittel drüber. Und dann geht es auch hier deutlich unter das Klimamittel drunter. Also da gibt es wohl nichts mehr zu deuteln. Denn nächste Woche kommt in vielen Landesteilen erstmal eine deftige Abkühlung bei uns an. Und hinten raus auch hier, wie schon beim GFS-Modell, wird auch hier mit einer steigenden Temperatur hinten raus gerechnet. Zum 18., 19., 20. September könnte es wieder ein klein wenig wärmer werden. Aber erstmal der Blick auf heute. Da ist es auch sehr freundlich, sehr sonnig von Nord bis Süd, von West bis Ost. Aber wir sehen hier schon im äußersten Südwesten, da nähert sich Ungemach heute Abend um 17 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Das hier ist 15 Uhr Weltzeit, ist also 17 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Da kommt hier aus Südwesten was herangezogen Richtung Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, später auch Nordrhein-Westfalen. Schauer und Gewitter zum Abend hin, zum Teil auch recht kräftig mit Starkregen, mit Sturmböen, mit Hagel. Und das bleibt hier im Westen auch in der gesamten Nacht zum Freitag erhalten. Und auch morgen bleibt es hier teilweise gewittrig und deutlich wechselhafter. Dazu heute nochmal viel Wärme und Hitze, zum Teil Richtung Rhein-Main-Gebiet um die 30 Grad. Hier wird es nochmal heiß, 30, 31, 32 Grad. Ähnlich auch hier im gesamten Osten ein weiterer Hitzetag. Hier ist es die längste Hitzewelle des gesamten Jahres 2024. Der Westen und der Süden hatten ja auch schon Hitze. Seit vergangenen Mittwoch bis zum Montag auch hier die längste Hitzewelle des Jahres 2024. Aber so langsam wird die Hitze dann in den nächsten Tagen angeknappert werden. Hier nochmal die Frühtemperaturen von heute Morgen. Und was soll ich sagen? Sämtliche Wetterstationen, die Liste anführen, haben neue Monatsrekorde. Überall dort war es tatsächlich die wärmste Septembernacht gewesen seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Besonders herausragend ist hier Chemnitz. Da hatten wir auch vergangene Nacht die wärmste Nacht seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Chemnitz. Die wärmste Septembernacht mit 20,6 Grad. Und der Datenbeginn ist hier schon 1882 gewesen. Also es war die wärmste Septembernacht seit 1882 gewesen. Ist auch recht ordentlich. Und auch sonst gab es noch weitere Tropennächte. Hier beispielsweise in Berlin 20,4 Grad heute Morgen die Frühtemperatur. Oder hier der Leuchtturm in Kiel 20,1 Grad. Auch da war es eine Tropennacht gewesen. Wie gesagt, überall gab es hier neue Monatsrekorde. Deswegen das M-Plus hier in dieser Spalte vertreten. Wie geht es nun weiter? Wir schauen nochmal nach Chemnitz, wo wir gerade schon dran waren. Hier geht es bald nach unten. Weg vom Hochsommerwetter, weg von den 30 Grad. Es geht runter mit dem Temperaturmittel im Verlauf der nächsten Woche auf 15, 16, 17 Grad. Und dazu immer wieder Regengüsse. Aber später wird es auch hier wieder ein klein wenig wärmer werden Richtung 20 Grad Marke. Wir schauen nach Drier. Wechselhaft insgesamt ab nächster Woche bis zum 21. September. Und auch in Drier gilt, das letzte Aufbäumen des Sommers ist dann wohl am kommenden Samstag. Dann wird es wechselhafter und kühler mit Temperaturen von teilweise um 15 Grad. Immer wieder sind Regenschauer zu erwarten. Das Ganze könnt ihr auch live mitverfolgen für euren Ort mit unserer Wetter.net-Wetter-App. Einfach mal runtergehen hier in die Beschreibung unter dem Wetter-Video, unter die Videobeschreibung. Und da könnt ihr auf den Link klicken und die Wetter-App runterladen. In der kommenden Nacht, da bleibt es zum Teil wechselhaft und gewittrig. Im Süden unseres Landes noch einzelne Schauer und Gewitter. Ansonsten lockern die Wolken weiterhin meist auf. Vor allem im Osten sehr warm, 20, vielleicht auch 21 Grad. Eine weitere Tropennacht steht bevor. Ansonsten Temperaturen so 18 bis 13 Grad. Ja, und morgen, dann zum Freitag, ist es ein bisschen durchwachsen nach Südwesten. Und Westen in einzelne Schauer und Gewitter von diesem Tief hier ausgelöst. Aber hier im Osten, da bleibt es nochmal sehr warm. Das sehen wir hier auf der Wetterkarte. Morgen im Osten nochmal ein Hitzetag. 30 bis 32 Grad, sehr viel Sonnenschein. Schauer und Gewitter sind hier erstmal überhaupt kein Thema mehr. Und wir schauen in den Südwesten und Westen. Hier mehr Wolken zeitweise, einzelne Schauer und Gewitter. Aber mit 24 bis 26 Grad muss man auch hier nicht wirklich frieren. Und wie gesagt, der Samstag dann weit verbreitet. Der schönste Tag vom kommenden Wochenende. Und wahrscheinlich der letzte Hochsommertag in diesem Jahr, der sich auf ganz Deutschland bezieht. Also wirklich fast überall nahe, 30 Grad in der Landesmitte, im Südwesten, im Osten Temperaturen. Hier sogar bis zu 34 Grad nochmal. Richtig viel Sonnenschein. Nur im Norden ziehen ein paar hohe Wolkenfelder vorüber. Ja, und dann zum Sonntag wechselhafter hier im Westen und Südwesten. 22 bis 24 Grad Schauer und Gewitter. Aber nochmal Hitze hier im Osten und Nordosten mit 30 bis 34 Grad. Und richtig viel Sonnenschein. Und das aller, aller, allerletzte Aufbäumen wahrscheinlich der Hitze am Montag. Nochmal Hitze im äußersten Nordosten. 30 bis 31 Grad. Nochmal ein heißer Tag. Ansonsten schon deutlich kühler bei 16 bis 24 Grad. Immer wieder Schauer und Gewitter. Und danach zum Dienstag. Da kommt dann das Ganze weiter in den Nordosten voran. Und dann ist auch am Dienstag Game Over in Sachen Hitze im Nordosten. Temperaturen dann in Deutschland noch am Dienstag 18 bis 23 Grad. Schauerwetter. Der Mittwoch durchwachsen. 17 bis 23 Grad im Osten. Freundlich mit Sonnenschein. Im Westen neue Regenwolken. Und der Donnerstag nächste Woche. Herbst nicht kühl. Frühherbst nicht kühl. 13 bis 17 Grad am Tag. 13 bis 18 Grad sind es eigentlich. Und wir sehen viele Wolken. Zeitweise Regen. Und die Nachttemperaturen peu a peu um oder unter 10 Grad. Also wer die Hitze nicht mag. Vor allen Dingen im Osten. Hitze geplagt seit Tagen. Der kann nächste Woche wirklich kräftig durchlüften. Und dann auch wieder durchatmen. Die Schwüle ist vorbei. Die große Hitze ist vorbei. Und zeitweise fällt dann Regen. Aber Regen fällt nicht wirklich überall richtig viel. Wir schauen mal hier auf die Regensummen. Bis zum nächsten Dienstag. Bis zum 10. September. Nach dem deutschen Wettermodell. Und wir sehen so einen Streifen über Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen bis nach Hessen. Da fällt fast gar nichts vom Himmel herunter. Drumherum zum Teil bis zu 50 Liter in Teilen von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg in Bayern. Aber auch hier Richtung Sachsen. Sachsen-Anhalt bis rauf nach Schleswig-Holstein. Da könnte es bis zum Dienstag nass werden. Aber gerade die Niederschläge sind mit Vorsicht zu genießen. Je nach Wettermodell wird das mal so und mal so berechnet. Der Parameter-Niederschlag ist am schwersten vorherzusagen in der Meteorologie. Also da muss man vorsichtig sein. Wir schauen hier mal auf das europäische Wettermodell. Auch bis zum Dienstag die Regensummenprognose. Vor allen Dingen im Südosten sehr nass. Aber auch teilweise von Sachsen über Brandenburg, Sachsen-Anhalt bis nach Schleswig-Holstein. 40 bis 50 Liter Regen. Nach Westen hier stellenweise deutlich weniger. Nur in der Grenze hier Richtung Frankreich etwas nasser mit 40 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Zum Schluss noch die Regensummen. Ebenfalls bis zum Dienstag nach dem amerikanischen GFS-Modell. Und hier eher die Nässe so Richtung Süddeutschland. Bayern und Baden-Württemberg bis zu 60, 70 Liter. Im Rest des Landes deutlich weniger. Zum Teil nur 1 bis 10 Liter Regen pro Quadratmeter. Es ist also ein munteres Hin und Her. Es wird wohl wechselhaft, es wird wohl nasser werden. Aber wer den meisten Regen abbekommen wird, das ist noch so ein klein wenig offen. Der Blick auf die Höchstwerte am Dienstag, am 10. September. Frisch eingetrudelt, frisch vom Fass quasi, die GFS-Prognose von der NOA. Und das sind Höchsttemperaturen am Dienstag. Das sind teilweise im Osten aktuell die Frühtemperaturen. Heute Morgen 20 Grad, knapp bei 21 dran. Und das erwarten wir als Tageshöchsttemperaturen am kommenden Dienstag, am 10. September. Werte um die 20 bis 21 Grad nach Osten. Ähnlich auch hier entlang des Rheins im Rhein-Main-Gebiet mittendrin. 16 bis 20 Grad im Alpenraum. Zum Teil nur einstellige Werte um die 8, 9 Grad als Tageshöchsttemperaturen. Dann scheint die Hitze wirklich erstmal definitiv ausgeräumt zu sein. Aber ich sage bewusst, das ist noch nicht das Sommerende. Ein Sommertag ist 25 Grad und mehr. Und natürlich könnte es die 25 Grad nochmal geben. Ende September, Anfang Oktober ist alles durchaus noch möglich. Nur eben momentan in der Vorhersage noch nicht ersichtlich. Aber es könnte durchaus nochmal sein, dass es Ende September nochmal warm wird. Nur diese große Hitze von 35 Grad. Naja, da sage ich mal eher, die wird es wohl in diesem Jahr so nicht mehr geben. Die Ensemble-Prognose für Norddeutschland. Sehr stabiles Sommerwetter noch bis zum Montag. Dann auch hier auf Wiedersehen. Goodbye. Drei Hochsommer-Temperaturen um die 15 bis 20 Grad nächste Woche. Mittendrin einzelne kräftige Regengüsse. Im Vorfeld nochmal längere Zeit trocken. Und ähnlich sieht das Ganze auch in Westdeutschland aus. Wir schauen auch hier auf die Ensemble-Prognose. Vom europäischen Wettermodell bis zum 20. September. Ab dem 8., 9., 10. September. Deutlich zunehmende Niederschläge. Und erst relativ warm, 25 bis 30 Grad. Danach geht es runter auf Werte im Mittel um die 15 bis 18 Grad. Später etwas wärmer um 20 bis 23 Grad. Vielleicht auch nochmal 25 Grad. Ich sage es ja, im Sommertag ist durchaus nochmal möglich bis Ende September, Anfang Oktober. Das behalten wir im Blick. Wir schauen nach Ostdeutschland. Auch hier die gleiche Wetterentwicklung. 25 bis 30 Grad in den nächsten Tagen. Und dann auch hier ab Dienstag, Mittwoch, deutliche Abkühlung auf Werte unter 20 Grad. So 18, 19 Grad. Ausreißer weiterhin bei 25 Grad. Also sommerliche Luftmassen sind durchaus noch in der Nähe. Mittendrin immer wieder einzelne Schauer und Gewitter. Und auch im Süden unseres Landes keine neuen Erkenntnisse. Der Sommer geht noch ein bisschen weiter. Trocken und dann geht es los. Regenhammer am 9. und am 10. September. Wird sehr nass sein. Danach geht es auch runter mit den Temperaturen. Zum Teil auf Werte im Mittel um 15 Grad. Nachtwerte unter 10 Grad. Aber noch einzelne Ausreißer über 20 Grad. Hinten raus wieder ein klein wenig Erwärmung. Doch es bleibt wechselhaft. Und last but not least der Blick in die Landesmitte. Sommerlich noch heute. Morgen auch noch so ungefähr von den Temperaturen. Auch am Samstag, am Sonntag auch noch relativ warm. Aber dann geht es auch hier bergab. Ab nächste Woche mittlere Temperaturen der Ensembles um die 17, 18, 19 Grad. Später wieder etwas ansteigend auf 20 bis 23 Grad. Ausreißer bei 25 Grad. Aber das Thema Hitze, 30 Grad und mehr ist dann wahrscheinlich doch erledigt. Auch in der Landesmitte. Und mittendrin immer wieder einzelne Schauer und Gewitter. Also eher wechselhafte Zeiten. So ein bisschen Frühherbst wird es also nächste Woche in den meisten Landesteilen werden. Vor allen Dingen gefühlt ist es ja ein extremer Absturz. Besonders im Osten. Tagelang jetzt schon 30 bis 35 Grad. Und dann nächste Woche gerade mal so 15 bis 20 Grad. Naja, diesen Absturz, den merkt man schon. Aber ich gehe mal davon aus, ganz viele Leute wird es auch freuen, dass es wieder kühler wird. Weil diese 35 Grad am Tag, nachts zum Teil um 20 Grad, das ist ganz schön belastend für den Kreislauf. Und die schwülen Luftmassen, wenn die mal wechseln, ist es auch gleich wieder viel angenehmer. Und wie gesagt, vielleicht kommt dir noch ein schöner Altweibersommer am Monatsende. Vielleicht nochmal 25 Grad. Das weiß heute noch kein Mensch. Das müssen wir abwarten. Wir bleiben auf jeden Fall an der Wetterlage dran. Das war es vom Wetter. Tschüss, bis bald.